Die strenge Null-Covid-Politik gehört in China der Vergangenheit an und China steuert wieder mit voller Fahrt voraus in Richtung Wachstum zu. Das bietet jetzt wieder interessante Chancen für Investitionen in chinesische Unternehmen. Aber es gibt immer noch einige Risiken, wie zum Beispiel der anhaltende Konflikt mit den USA. Wir erklären euch, welche Chancen und Risiken der chinesische Markt hat, wie man mit ETFs in den chinesischen Markt einsteigen kann und dann stellen wir euch noch als Beispiel 5 China-ETFs vor. Hey Leute, Luis hier und der Wind in China scheint sich gedreht zu haben. Denn China hat Anfang 2023 seine dreijährige Null-Covid-Strategie beendet. Und die Gefahr einer Eskalation des Konflikts mit den USA scheint sich zumindest etwas gelegt zu haben. Denn der US-Außenminister Antony Blinken wurde im Juni bei seiner China-Reise nach mehreren Absagen jetzt doch noch von Präsident Xi Jinping empfangen und danach hieß es, es habe Fortschritte gegeben. Die Wirtschaft ist in China also wieder in den Vordergrund gerückt. Der internationale Währungsfonds geht für 2023 in China auch von einem Wachstum von 5,2% jetzt aus. Zuvor hatte der EBF nur 4,4% prognostiziert. Und für nächstes Jahr wird weiterhin ein Wachstum von 4,5% erwartet. Eine Stütze der gut laufenden Wirtschaft ist der Konsum. Während der Corona-Jahre haben die Chinesen fleißig Geld auf die Seite gelegt und die Sparguthaben chinesischer Haushalte sind zwischen 2020 und 2022 um rund 1 Billion US-Dollar gestiegen. Und auch das langfristige Wachstumspotenzial ist riesig. In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Das sind ein Fünftel der Weltbevölkerung. China ist auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und Experten rechnen damit, dass China die USA bis 2050 als globaler Spitzenreiter bei der Wirtschaftskraft ablösen wird. Gerade beim Konsum ist das Aufholpotenzial groß. Denn die Verbraucherausgaben der Chinesen liegen derzeit nur gut bei der Hälfte des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich, die USA kommen auf mehr als 80%. Ein weiterer Punkt, China strebt gezielt die weltweite Führungsrolle im Hochtechnologiebereich an. Wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Biotechnologie, aber auch Solarenergie. Aber auch bei der Herstellung von Elektroautos sind chinesische Hersteller mittlerweile weltweit führend. Für Anleger kann sich deswegen jetzt der Einstieg in den großen Wachstumsmarkt lohnen. Denn das Potenzial scheint genauso groß zu sein wie das Land selbst. Aber es gibt Risiken, die man unbedingt beachten sollte. Wie ja vorhin schon erwähnt, ist einer der großen Risiken für Anleger der andauernde Konflikt zwischen China und den USA. Der führt nämlich immer wieder zu Handelsstreitigkeiten. Nicht vor allzu langer Zeit haben die USA sogar den US-Halbleiterherstellern Nvidia und AMD mit Sanktionen gedroht, weil sie chinesische Unternehmen mit hochmodernen Computerchips beliefern. Und das, obwohl die US-Regierung China von der Halbleiter-Technologie abschneiden möchte. Ist ja dann klar, dass solche und ähnliche Handelskonflikte für viel Unsicherheit bei den Anlegern sorgen. Dadurch sind die chinesischen Aktien zuletzt immer wieder unter Druck geraten. Ein weiterer Risikofaktor ist, dass chinesische Unternehmen von den Entscheidungen der eigenen Regierung abhängig sind. Beispielsweise hatte Peking den großen Technologiekonzern seit 2020 strenge Vorschriften aufgebrummt. Erst als die Regierung dann Ende 2022 eine Lockerung signalisierte, sind die Aktienkurse von Internetkonzernen wie Alibaba, Tencent oder MyTuan wieder angezogen. Die chinesischen Unternehmen sind also immer wieder der Willkür der eigenen Regierung ausgesetzt. Und auch die Missachtung der Menschenrechte ist ein Risiko für Anleger. Diese werden in China nämlich laut Amnesty International mit Füßen getreten. Ein Land, in dem die Freiheit so massiv eingeschränkt wird, schreckt nicht nur Investoren ab, sondern auch Unternehmen, die immer mehr an ihren ethischen Werten gemessen werden. Also da ist durchaus viel Risiko im Spiel. Schauen wir uns aber mal an, wie es aktuell am chinesischen Aktienmarkt läuft. Mittlerweile auf jeden Fall wieder besser. Zwischen Anfang 2021 und Ende 2022 hatte sich der chinesische Aktienindex Hang Seng mehr als halbiert. Im Hang Seng Index sind große Unternehmen wie Alibaba, Bank of China oder Tencent enthalten. Aber seit dem Tiefpunkt im Spätherbst 2022 hat sich die chinesische Börse wieder etwas erholt. Dennoch liegen die Kursverluste seit Jahresanfang immer noch bei knapp 10%. Am chinesischen Aktienmarkt sind insgesamt rund 6.000 Unternehmen gelistet. Und die Marktkapitalisierung beträgt insgesamt fast 19 Billionen US-Dollar, also rund 18 Billionen Euro. Zum Vergleich, in Deutschland liegt die Marktkapitalisierung börsennotierter Firmen bei knapp 2,5 Billionen Euro. Aber trotz dieser Größe sind die chinesischen Aktien in internationalen Portfolios und globalen Aktienindizes weiterhin unterpräsentiert, also recht wenig vertreten. Beispielsweise machen chinesische Unternehmen lediglich 3% vom weltweiten MSCI All Country World Index aus, den ihr wahrscheinlich kennt. Ein Grund für die relativ geringe Gewichtung der chinesischen Aktien im internationalen Vergleich könnte die starke Regulierung des Aktienmarkts in China sein. Denn die unterschiedlichen Arten von Aktien können immer nur an bestimmten Börsen gehandelt werden. Dabei unterscheidet man zwischen Onshore und Offshore Aktien. Onshore Aktien sind Titel, die am Inlandsmarkt notiert sind, also nur an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gehandelt werden können. Die sogenannten A-Aktien werden dabei in der chinesischen Währungseinheit Yuan gehandelt. Das Problem dabei ist, dass diese Onshore Aktien nur chinesische Anleger und auch ausgewählte institutionelle Investoren aus dem Land kaufen dürfen. Daneben gibt es aber auch noch die B-Aktien, die auch in ausländischer Währung gehandelt werden dürfen, also in US- oder Hongkong-Dollar. Und Offshore Aktien sind vor allem an der Hongkonger Börse notiert. Bis vor wenigen Jahren war der Zugang zu A-Aktien stark eingeschränkt. Deswegen konnten sich ausländische Investoren nur über Offshore Aktien an chinesische Firmen beteiligen. Die strenge Regulierung hat zur Folge, dass ein großer Teil des chinesischen Aktienmarkts vergleichsweise wenig von der Entwicklung der weltweiten Börsen abhängt. Eine Investition in chinesische Aktien kann sich deswegen gut als Ergänzung für ein Aktienportfolio eignen, bei dem der Schwerpunkt vor allem auf den USA und Europa liegt. Aber leider ist es ja für uns Privatanleger nicht so easy in chinesische Einzelaktien zu investieren. Deshalb ist es in unseren Augen der bessere Weg, den China-Anteil mit ETFs abzubilden. Aber welche China-ETFs können sich da lohnen? Es gibt rund ein Dutzend ETFs, über die ihr in den chinesischen Aktienmarkt investieren könnt. Dabei bilden sie häufig einzelne Aktienklassen ab, wie zum Beispiel die A-Aktien. Es gibt aber auch ETFs, die alle Aktienklassen umfassen. Für welchen ihr euch also entscheidet, hängt ganz davon ab, in welche Art von Aktien ihr investieren wollt. Ein A-Aktienindex enthält eben nur die Firmen, die auch an den chinesischen Inlandsbörsen notiert sind. Das hat den Vorteil, dass der Index vergleichsweise unabhängig von der Entwicklung der weltweiten Börsen ist. Auf der anderen Seite sind die großen chinesischen Technologiefirmen wie Alibaba oder Tencent nicht im Index enthalten. So, jetzt stellen wir euch aber mal die 5 China-ETFs vor. Wie immer ist das aber keine Anlageberatung und auch keine Empfehlung zum Kauf. Das Investieren in Wertpapiere ist immer mit Risiko verbunden. Völlig risikofrei, könnt ihr dem Video hier aber jetzt ein Like und ein Abo verpassen. Damit helft ihr uns sehr, dass unser Kanal weiter wächst. Und für all diejenigen, die uns unterstützen, wir kommen kostenfrei in diesem China-Fact mit. Die chinesische Mauer ist 21.196 Meter lang und es ist ein Irrglaube, dass man sie vom Weltraum sehen kann. Okay, nachdem das geklärt ist, machen wir weiter. Also als erstes haben wir den iShare MSCI China. Der bildet mehr als 4 Fünftel der Marktkapitalisierung chinesischer Unternehmen ab. Dabei investiert er in mehr als 700 Firmen. Im Index sind sowohl Onshore- als auch Offshore-Aktien enthalten. Und A-Aktien haben einen Anteil von rund 20%. Als nächstes haben wir den Harvest CSI 300 von X-Trackers. Der Index umfasst die 300 größten chinesischen A-Aktien. Also Firmen, die in China ansässig sind und deren Aktien an Inlandsbörsen in chinesischer Währung gehandelt werden. Bei dem ETF könnt ihr mit regelmäßigen Ausschüttungen rechnen. Deshalb auch der Beinahme Harvest, was auf Deutsch Ernte bedeutet. Dann gibt es auch noch einen von X-Trackers. Und der Index bildet die 50 größten und liquidesten chinesischen Aktien ab, die an der Börse Hongkong notiert sind. Die größten Positionen im Index nehmen Internetfirmen wie Alibaba, Tencent und MyToine ein. Unter den Top Ten sind aber auch Banken wie die China Construction Bank oder die Bank of China. Der UBS MSCI China ESG Index wiederum enthält Unternehmen, die bei der Nachhaltigkeit vergleichsweise gut abschneiden. Das Kürzel ESG steht ja für Environment, also Umwelt, Social, Soziales und Governance, gute Unternehmensführung. Die Kriterien, nach denen die Nachhaltigkeit gemessen wird, sind bei ESG ETS aber nicht besonders streng. Auch in diesem Index werden die großen Technologiefirmen am stärksten gewichtet. Und für alle Anleger unter euch, die kein reines China Investment suchen, könnte der MSCI Emerging Markets Einblick wert sein. Der ETF investiert in Aktien aus Schwellenländern. Das bedeutet, dass neben China auch in Taiwan, Indien, Südkorea oder Brasilien investiert wird. Chinesische Aktien machen darin rund 30% aus. Die Schwellenländer finden sich übrigens auch in globalen Indizes wie den MSCI All Country World, kurz ACBI, oder den FTSE All World. So, abschließend, wenn wir uns hier die Tabelle anschauen, die zeigt, wie die ETFs über die vergangenen 1, 3 und 5 Jahre abgeschnitten haben, sehen wir, dass die Fonds fast durch die Bank rote Zahlen gemacht haben. Der Hauptgrund dafür war die langanhaltende Null-Covid-Politik mit Lockdowns in großen Handelszentren und ein Wachstumseinbruch. Die China-Investitionen sind also mit hohem Risiko behaftet. In der Tabelle sehen wir auch, dass nur der ETF gut abschneidet, der kein reiner China-ETF ist. Der Schwellenländer-ETF streut nämlich das Risiko, wie vorhin bereits erwähnt, über verschiedene Länder. Und trotz des hohen China-Anteils hat er in den vergangenen drei Jahren ein Plus erzielt. Und das Minus in den vergangenen zwölf Monaten hält sich ja in Grenzen. Es ist auch sehr wichtig, dass ihr bei einem Investment am Aktienmarkt langfristig denkt. Eine Investition in einen China-ETF sollte einen Zeithorizont von mindestens zehn Jahren haben, am besten sogar noch mehr. Denn über diesen Zeitraum stehen die Chancen gut, dass die enormen Wachstumspotenziale des Landes zum Tragen kommen und sich schließlich auch im Aktienmarkt niederschlagen. Aber trotz des ganzen Potenzials solltet ihr den Anteil von chinesischen Aktien im Portfolio auf maximal fünf bis zehn Prozent beschränken. Ich hoffe, wir konnten euch damit weiterhelfen. Wem das alles zu heikel ist und sich generell nicht so viel mit Investieren, Börsern und Risiken beschäftigen möchte, den können wir nur herzlich empfehlen, sich mal die Robo-Advisor anzuschauen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.